Wir verzocken jetzt 50 Dollar in einer asiatischen Spielehalle und schauen mal, mit welchem Preis wir hier rauskommen. Das muss für einen guten Preis reichen. Jeder fängt mal klein an. Das sind die ersten Tickets. Ist runtergefallen. Das ist ja alles verarscht. Irgendwie verkacken wir gerade ganz schön. Dieser Automat hinter uns macht uns reich. Das ist hier halt absolut spielsuchtfördernd. Einmal und nie wieder, ich sag's euch. Ey, also manches verstehe ich irgendwie einfach nicht. Freunde, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ich hab mir 70 Dollar ausgegeben, es muss für was Gutes reichen. Los geht's. Da hab ich mir ein bisschen mehr erwartet. Ja, auf zu den Preisen, ne? Boah, Leute, es gab so krasse Preise. Nur halt leider nicht für unsere Punktzahl. Bei mir hat's für einen Ventilator gereicht. Cool.